Oh mein Gott, ich bin das älteste Baby der Welt geworden. Männer trinken keine Muko-Milch aus Nuckelflaschen. Die trinken ihre Muko-Milch aus einer Erwachsenentasse. Ich darf ab jetzt kein Baby mehr sein. Ich bin allein auf der Welt, das heißt ich muss ein Mann sein. Danke, Maggie. Wo ist das? Ich muss rausfinden, was für eine Augenfarbe Marge hat. Ah, Volltreffer. Oh, Marge Liebes, wie ist der Zahlencode für unser Hochzeitsalbum? Unser Hochzeitsdatum. Nein! Nun denn, Drachenauge, möge dein Pfad aufrecht und voller Abpraller sein. Schieß schon. Sie rollt auf diesen geheimnisvollen Typen zu. Wer ist das? Oh! Das ist Millhouse. Das ist nicht der Millhouse, den ich kenne. Haha, du kennst Millhouse. Hör zu, mein bester Kumpel ist ein bisschen mitgenommen, also seid bitte alle extra nett zu ihm. Deine Mama hat angerufen, Loser. Sie sagte blub, blub. Eines Tages werden dich diese Worte mehr verfolgen als mich. Warum heulst du nicht? Ich wünschte, ich könnte es. Tränen würden meine Seele reinigen. Oh, Millhouse. Du bist sehr tapfer. Nur zu, schlag mich zusammen. Vielleicht kann ich dann wieder etwas spüren. Wow! Ach, was soll's. Bringt doch nichts. Millhouse, sowas Tapferes habe ich noch nie gesehen. Ich habe mir immer gewünscht, dass du meine Hand hältst. Jetzt tust du es und ich bin zu betäubt, um was zu füllen. Als ob du Ofenhandschuhe trägst und ich meinen Winterpark. Oh, das ist so poetisch. Sieht aus, als wärst du nicht mehr der coolste Typ in der Schule. Wie? Ich freue mich für Millhouse, dass er ein bisschen Hand-in-Hand-Action abkriegt, aber niemand ist cooler als Bartholomew J. Simpson. Ach, wirklich? Wir sehen uns beim Mittagessen. Möchte irgendjemand hier drüben sitzen? Ihr könnt meine Pizzarinde haben. Jungermann, du bist sicher, für Spaß und Action zu haben. Bitte, Bart. So machst du dich hier zum Affen. Millhouse, ruf mich an, wenn du reden willst. Wenn du mich mal besuchen willst, ich habe ein Eichhörnchen in der Schuhschachtel. Ich meine ja nur. Danke, aber ich will jetzt allein durch die Gegend ziehen. Wow. Und über ein paar Dinge nachdenken. Wow. Oh mein Gott, diese Umfragewerte. Eikaramba. Oh Mann. Millhouse hat sich aus einer Comicfigur in eine tragische verwandelt. Wenn er wieder glücklich werden würde, könnte ich wieder cool sein. Bart, führ keine Selbstgespräche. Behalt deine Gedanken für dich. Dem hab ich's gegeben. Also dann, was mach ich jetzt nur mit Bart? Ich meine noch. Vielen Dank.